. . . . . . . . . Was ist der kürzeste Weg? Zwei Punkten, Daniel? Eine gerade! So. Und bewegst du dich wie so ein Kadoop, Gary? . Okay, machen wir den, den, den ... . 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 nur kula hat das wort das wort heißt nur kula ja laut homo simpson ja nur kula ich weiß aber noch keine tastenkombination auswendig von irgendwas ich merke ich habe gar nicht ich habe ein adler streubaum anstatt mein orbital dingen genommen ich hatte ja auch schon glaube ich früher glaube ich wenn man das direkt hier genau helmenbombe ich mache auch kaputt ja noch mal eine gebäude ich nehme an das da kommt noch einer die roboter sind auf unsere seite es ist einfach großes ich könnte ja auch mit dem granatwerfer treffen eigentlich ich versuche die linke mit dem granatwerfer jawohl ich war meine lineare der trifft hat den naja denkt auch irgendwie ungenau wie treffe ich damit nie war da war ich ja vielleicht mit meinen dinger ich kann nicht kaputt weil ich weiß wenn er mal in die mine einst läuft feuerer typen ich habe zu sehen ja ich habe gesehen eigentlich ich kann ja nicht sagen wie wenig ich gegen diese blöden viecher ausrichten kann jetzt noch mal kaputt ich habe so viele granaten da reingeworfen und granatwerper ja ich hab da auch ganz viele granaten reingeworfen jetzt reich das ist ganz breit ja 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 es gibt es aber nicht ist hier noch so ein ding neuerlich ich wollte gerade nachschub aber aber ich bin tot neuerlich neuerlich ist hier schon wieder los wo ist da noch eine fabrik ach 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 mach doch war ja warum dann halb ja super das war gar nicht die mission über machen müssen also ich habe ja keine mission mehr hier ist das glaube ich wo ich bin und heißen ich verstehe mich ja ja ich weiß ich gehe zum ziel zum orangen irgendwie bringt hat ja nichts halbomben bekommen wir ja platzieren sich gerade kaputt man das ding ja ich sehe gerade das teile hier ich mach aua aua ja aua 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 so ich glaube wir sagen wir noch mehr dann hier kommt man mal nur von zwei ist in reichweite der feindlichen artilogie da ist noch so ein ding wir haben es geschafft da haben wir hier standpitte ausrüstungspaket unterwegs ich war noch mal ein karton dann gehen wir weiter er muss dann immer so ein häufiger stark seine ich habe nur zwei spritzen sich gerade eine fabrik wird das ding damit wer trifft jetzt schon wieder nicht ich bin nach vorne okay was schon sagen ja 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 noch 30 minuten für die mission ich voll schreckt also von hinten angeschlichen noch hier ist eine genau da wo die natürlich müssen wir da wo die feuer tonal aus sind ganz ruhig leute ganz ruhig ganz ruhig leider ganz ruhig ok noch mal das ist wirklich war ein planeten zu befreien der voll mit feuer tun aus wo seite ich hoffe ich bin da oben sicher wehe einer unterschieden rakete ich habe gerade eine rakete gesehen ich werde gleich so was von rein feiern müssen wir noch machen mit dem term das feuer der leidenschaft bietet mir d3 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 nicht 3d ich denke dass wir meinen spritzen ich weiß nicht was ich da noch machen muss ja war im laden ich weiß nicht ob er jetzt schon fertig ist gott oh gott oh gott einmal drücken okay wäre das nicht fertig was war eine heiße sache bei dem texten burs hat man weg es wäre schon wieder mal kaputt machen ok ganz nachschub eigentlich von fabriken aber zurück kommt zurück also mit den kräften sind wir noch ich glaube erst weg da ist jetzt unsere festung eine ganz große festung nehme ich an gott ist direkt auf dem weg hier warum nicht das kann geschützt geschützt lebt noch ja ich versuche mal da hat sich gerade umgelegt genau wird besser gesagt ab jetzt fährt zu dir glaube ich bin da untergewandt durch die karte durch den boden gerutscht das war ein adler aber ich will die kleinen gegner ja ja ich gehe mal lieber da rein fühle ich mich immer sicherer dass ich schon die nächste fesseln das gibt es jetzt nicht naja wie viele mien abgehen ja manchmal treffe ich das ding manchmal dann kommt eben nach aus da hatte diesmal warte ich bitte die blöde tür auf macht na warte naja die tür war gerade offen ist klar da jetzt bin ich auch untergebracht sind aber beteiligen und ich würde ich die kanone ich dachte meint die fabrik nehmen wir ja ich habe mich selber umgebracht aber habe ich gar nichts gemacht so da ungeschützt hat auch geschützt ich bin tot ich komme wieder bei der großen festung ja nicht weiter okay ich will die kanone da kaputt machen damit ich mein zeug wieder einsammeln kann er hat mein erstes schon wieder überlebt die demokratie ich hasse sie sind geschütze doch wieder gelandet wir sollen ja verschwinden irgendwie bringt das ja nicht irgendwie sterben in der ganze zeit ich komme nicht wegen dieser blöden schütze ich hab nicht kaputt das war linear ist also nach vorne ich habe naja ist noch da da wird so ein bisschen zum bestimmten punkt wird es langsam nicht mehr wert irgendwie nur zwei leben meine gegner kommen wir immer wieder wir kriegen die ganze zeit auf maul also dann kann man ja gleich sterben endlich das ist die hauptmission weitermachen wo bist du ich weiß nicht alter ich weiß ich nicht der hat mich umgebracht alter ich gleich auch ja ich hab er umgefüllt äh ich hab da nicht meinen aber ich brenne meine fresse ich sehe nichts mehr auf der karte andere richtung geradeaus geradeaus rechts ich habe so große so große dinger sollten uns erstmal aufsparen bis vorhin wie so kilo bomben haben und so irgendwie haben wir mit denen nur problemen die ganze seite also war es der tonal genau da wo ich meine sachen im pack wenn dieser tonal ist etwa hitze suchen versteht jetzt jetzt komme ich da nicht dran ist klar jetzt komme ich auf mein granatwerfer nicht dann hat gibt es nicht okay mein ganadwerfer kriege ich nicht ich komme da nicht dran der ist irgendwie an so einem felsen dran ich kann ja nicht hoch ok da sehe ich habe ich gesehen die fler habe ich gesehen nicht da wo ist das denn ich kann wieder da oben wie kommt man da rauf und dann kommt natürlich so unfähig ist klar neuen sachen müssen wir ja machen das klar wenn ich deine mission ja heute was soll ich gegen die machen ich habe keinen gerade hatten mein schotgewehr bei 3 okay okay wir warten wo ist mein da da ist mein zeug ich hab gern ein granatwerfer ja ich muss fünf minuten auf den wagen da war auch nicht für was getroffen ja ich weiß weil die viel zu weit weg waren ich dachte die kommen näher ran hier oben werden gegner bei mir gespawnt hervorragend ja nichts gemacht hier die maschinen gewährleistet gefühl hier ich gehe am terminal so eine nicht unterweiten also der aus gänse marsch zum evakuierung dinge gott ich habe genug von der ich habe genug von tourismus her dass ein vorbeilaufen versuchen die fabrik zu zerstören was er sowieso wahrscheinlich machst ja ich noch mal ein stück ich dachte meine menge ich habe diesen planeten na mein gott ehrlich verschwindet leute noch mal so ein guter leber ich sehe nichts kalt seit jeder probe vielleicht für dich noch ein paar spritzen dann ist keine gute idee doch hier sind spritzen für dich das ist noch eine seltene probe ausrüstungspaket unterwegs eine fabrik wenn du noch 20 sekunden warten kannst dann kann ich meine eine versuchen die immer trifft ich war noch klein soll ja aber nur acht gegner ich war noch klein ich glaube dann er weg die streitung ist auch immer wieder voll schnell scharf ja dann kann man aufladen und dann tut ihr auch hier wieder aufladen naja wir sehen natürlich immer danach noch irgendwelche reinwerfen so klein so klein zurück ja jetzt kann ich meinen gar nicht einfach super die mission vorbei ist welche fabrik ganz hinten ich kann aber versuchen mein ding darin zu werfen ja sind aber viele gegner nein danke ja schon eingeladen der kaputt war ich hasse diese viecher mit ihren winzigen köpfen ich krieg diese blöden pisser nicht getroffen ja ich höre das machen die schon fertig ich bin auch hier oben auf dem feld gelandet kommen wir nicht mal runter ja das einfach durch zwei ok kein schaden dadurch hier führen keinen schmerzen dass sie von mir proben irgendwo eingesammelt gerade wie soll man gleich daraus so gut hier auskommen ich hatte diese planeten warum wollen wir diesen planeten haben wir alles nach so selber nicht danke jetzt brauchen wir die nimmer danke für die verstärken haben wir noch eine runde damit weil der 15 erreichen machen ich brauche ich brauche vier dinge für meine schrotti dann kann ich erst beim nächsten auch noch benutzen mit himmel geschmack da kann ich nicht wieder stehen so ich meine evakuierung so ein paar ich bin ja schon wieder spielfeuer genommen egal ob das hier der länder jetzt geht's los voll geil jetzt geht es auch mal da geht es mal ja ja direkt angegriffen von nicht die kinder es gehört es gibt es geht um die kinder denkt doch jemand an die kinder ja mein gott ist ein präzisionsgewählern ja gott weiß hier in schlose habe ich den wir haben stehen alle sind der den abgeprallt habe ich spiele da startkaufs 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 hier wir hatten wir sind meistens immer irgendwo hier hier okay da seid ihr na auch ihr seid hier ich habe zu sehen also da ist eine ziemlich große festung in der richtung und erwartet man die hat sich noch nicht zu uns geredet ich schießt schon mal mit des netteres da ist jetzt die namen bleibt würde den scheiße ja so ein geschützt auf der rechten seite ich versuche einfach ich bin durch den boden geglischt jetzt bin ich wieder da okay das ding wird natürlich wieder nicht getroffen was auch das geschützt auf rechten seite ja so war den kann ich erledigen doch ich habe mein ding fallen gelassen von dir erledigt war ich habe mir von dach weges ich kann nicht weg ich komme ich da wieder hoch ich wollte den panzer bewerfen habe ich meine ich glaube er hat mich abgeklärt ich habe mein ding nämlich fallen gelassen jetzt renne ich wieder zu deinem zeug erst mal hin das erstmal gucken wo die panzer unsere nasengeschützt ich habe nur einen panzer da sind zwei geschütze dahinten ist noch eins der panzer war doch der schießt davon gott auf dem als erstes okay weg von da ich mir versuchen das geschützt abzuwerfen jetzt mein zeug jetzt wollen wir nicht mal in den ersten dinge vorbei ich gehe direkt da also werde ich ja ich kann ich gar nicht erledigen wenn er so ich glaube die mission wird der nächste haben wir schon so da kommen wir nicht voran aber warum brenne ich ich brauche mal die snapper ich weiß nicht von man sich die ganze zeit verbrennt werde ja ja das ist so gegner wenn die national kommen da verbrennen die sich anscheinend ja genau dem feuer tonal die demokratie ist gelassen da ist schon wieder ab und wird gibt es jetzt einfach nicht die mission wird hier nichts ich will doch nur das geschützter kaputt machen und ich hier verarschen ja bitte ob ich das war vorher sie auf dem geschützt gelandet ja ja dann einige schütze sind wir noch ich habe von hinten erledigt mit einem kanadwerfer ja unsere nerven haben wir verloren wir haben nur noch zwei leben ich habe mir diese festung nicht mehr machen also auch am anfang vollständig ja ich glaube da sind diese kleinen komischen fliegenden natürlich ist da wieder so einer sogar tropfen damit ja ich sie schon mal ein dinger aus das nach der st bei dir ich will auch da hoch ich will auch auch feiert Ich bin hier soweit von Ton. Na komm, gerne. 79%. Na los, na los. Ich bin hier soweit. Wo schießt dein Ding, ey? Weil es ist, weil es ist, weil es ist. na los na los ich gehe ans terminal da müssen wir jetzt hin und auf dem weg deinen sachen gemacht ja ich bin auf dem weg das ist aber so leidenschaften demokratie das ist der klang von demokratie das ist der klang von toten menschen genau das ist das was demokratie ist schreie und dann stelle ich bin der kalle von lamas mit tüten die bayerische das frägt kommt ja da gibt es eine bayerische war meisterin abgeschlütze der popp das wäre so neben dingen das ist wieder das schildtyp oh mein gott neuer schnelltot ich werde damit wahrscheinlich nicht treffen aber aber mal linear das ding gefecht nach vorne und trifft zeug noch sehr gut oh mein gott habe ich auch wieder so ein ding feindliche flugabwehr muss man abstellen so wiederum terminal keine probleme aber aber dann sollte es unten dann habe ich deine proben und jetzt eine probe bei mir steht nichts heute sind leidenlosig blöd ich versuche um die ihr versucht ihr abzudenken aber hat hier drin schaffen wo ist der schon wieder hingeflohen da war eine fabrik war auch nicht erledigt na gut aber wir haben die aufgerüstung geschafft dann ist dort was wichtig ist also herr meyer ist einer der schwierigeren planeten da war so nicht ich kann meinen präzisionsschlag ansetzen aber der hat das geschehen ja ich auch nicht wegen luftabwehr nämlich meine leister so ein flugzeug hat irgendwie so ich gehe jetzt nicht zurück und meine dinge das ist dann kommen wir ab und das geht weg mein gott hat mich beinahe getötet sagen wir mal richtig doch ja man hat geweck der wollte mich treten der hat hier ist ich komme ja schon ich komme ja schon das ist noch eine kleine fabrik das ist noch eine kleine fabrik gut gut die proben hat sagen wir haben doch noch eine pro wir haben noch eine probe bisher ja ist klar wartet noch einen moment jetzt sagen wir machen man kann manchmal nicht alles haben wir haben sowieso niemals nein nein aber wo kommst du in der kollege aber wir haben sich ja voll angeschlichen noch mal oh mein gott echt platten beteiligen länge na vorsicht feuer war na los eine probe das war das war eine traurige ausweiter ich bin schon vor leidenschaft da war ich nicht noch um mein herz ist immer am brennen vor leidenschaft und demokratie man kann uns da drinnen um armen hat heute mal brennt da reingelaufen jetzt sind das ganze ding von innen an patriot ich nehme einmal werde 15 erreicht haben oder so ein kanal keine erfahrungspunkte optionalen ziele schwache leistung dann geht er da runter und befreit den planeten meilenstein erreicht immer noch neu prozent wofern machen wir überhaupt büro modere ja genau 44 prozessionen dabei mehr eliminierungen und mehr spritzen die demokratie breitet sich so ich kann meinen schrott wäre jetzt endlich holen aber ich werde es als nächstes mal benutzen können das sieht auf jeden fall cool aus mehr schaden macht aber macht weniger schaden als die andere aber es geht um die panzer durchdringung die ist in allen die ist in allen schlechter aus der kapazität dafür leiden hat die wesens bums mit den panzer durchdringen perfekt geeignet um große löcher in große ziel zu zerschlagen warte kann man sich schon holen ich glaube ich bin auch kann eigentlich nicht schaden kann man die nur einmal benutzen ja da kann man die wieder auffüllen sowie die anderen adler wo ich die augen weil es eine starke ist die kann aber nicht alles anschauen also ein titan der überlebt dafür gewinnt und dann durch meine raketen geschützt und mehr brauche ich nicht die schaden die schaden und dann durch die schaden